Hallo, hier ist Muho. Heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die mir per E-Mail gestellt wurde. Die Betreffzeile der E-Mail war Suche Tenso. Und der Fragesteller stellt sich zunächst vor als jemand, der sich seit 20 Jahren mit Lebensmitteln beschäftigt und beobachtet, wie und was die Menschen essen. Seit einem Jahr beschäftigt er sich ebenfalls mit Zen und sitzt auch seit einem halben Jahr und hat sich von Dogens Anweisungen für den Koch, dem Tenso Kyokun, inspirieren lassen. Und seine Frage an mich ist jetzt, wo finde ich ein Tenso, bei dem ich lernen kann? Was ist da die Anlaufstelle in Deutschland und Europa? Der Fragesteller selbst ist nicht fündig geworden. Zunächst einmal zum Tenso Kyokun, also den Anweisungen von Dogen für den Koch. Die gibt es auch in deutscher Übersetzung und ich habe dazu auch schon das eine oder andere gesagt. Wer mal auf diesem Kanal sucht, nach Tenso zum Beispiel oder Küche, dann sollte man fündig werden, zum Beispiel, das ist schon 15 Jahre her oder so glaube ich, so um das Jahr 2007 habe ich mal einen Vortrag in Saarbrücken gehalten. Den findet man, ich glaube in 12 oder 13 kürzeren Teilen, in kleine Stücke. Das war noch zu der Zeit, als man so nicht keine Gigabytes hochgeladen hat, sondern das alles in kleine Stücke zerschnitten hatte oder zerschneiden musste, um das überhaupt verarbeiten zu können. Also 12, 13 Teile. Ich habe auch in Englisch darüber mehrmals gesprochen in Holland. Und dieses Jahr, das ist aber nicht aufgezeichnet worden. Ich habe das nicht aufgezeichnet. In Blankenbach, vor sechs Wochen oder so, da ging es auch um Tenso, Tenso Kyokun. Also das war so eine Art Running Gag auf meiner Reise. Das habe ich immer wieder an verschiedenen Orten gesagt. Man spürt doch einen großen Unterschied zwischen Sessions, wo Tenso auch Teil der Praxis ist, und Sessions, wo die Tenso-Arbeit, also die Küche sozusagen outgesourced wird. Auch wenn das oft gute Gründe hat. Es geht nicht anders. Man macht das Session in einem Seminarhaus und da gibt es eine Küche, Kantine. Die Leute sind da beschäftigt. Man kann den Leuten nicht einfach sagen, jetzt geht einfach mal für eine Woche nach Hause. Die Session Teilnehmer wollen für sich selbst kochen. Dann sagt man halt, okay, wir sind jetzt hier für das Session, um zu sitzen und Sen zu praktizieren. Und das Kochen, das übernimmt die Küche. Wie immer. Die sind ja dafür eingestellt. Die Leute, die in der Küche angestellt sind, die praktizieren nicht Sen. Und die, die Sen praktizieren, die müssen sich nicht um die Küche kümmern. Alles prima. Alles prima, könnte man denken. Aber das Problem ist natürlich, dass dieser Gedanke, der sehr, sehr wichtig ist, und da sollte nicht nur ein Gedanke sein, sondern das sollte die Praxis sein, dass Sen Alltag und Alltag Sen ist. Das haben wir alle schon gehört. Das geht flöten. In dem Moment, wo wir sagen, ja, wir machen Sen und ihr macht die Küche. Jeder macht sein Ding. Es gibt aber auch Orte, wo Tenso ganz selbstverständlich als Teil der Praxis gemacht wird. Wo Kochen genauso selbstverständlich Teil des Weges ist, wie das Sitzen. Denn wenn man das Kochen outsourced, und das war der Running Gag, den ich immer wieder verwendet habe, es gab vor ein paar Jahren mal ein Sazen-Krei und da kam das Mittagessen. Das wurde vom Tibeter geliefert. Dann sagte ich, ja, wenn wir uns von den Tibetern bekochen lassen, warum holen wir uns nicht ein halbes Dutzend Rumänen, die für uns noch das Sazen machen? Die machen das bestimmt für drei, vier Euro die Stunde. Und dann können wir uns raussetzen in die Sonne und über das Schobogenso reden. Geht ja auch. Wenn Kochen nicht Teil der Praxis ist, warum muss das Sitzen Teil der Praxis sein? Es geht doch nicht darum, wie lange man jetzt im Lotus gesessen hat. Es geht doch um die Praxis, wenn man runterkommt vom Sitzen. Man muss sich doch nicht selber wehtun. Und das stimmt ja auch. Wie dem auch sei. Also zurück zur Frage. Wo finde ich ein Tenso in Europa, in Deutschland? Wo ist da die Anlaufstelle? Die Frage ist ein bisschen so wie die Frage, die auch immer wieder gestellt wird. Ich mache jetzt seit einem halben Jahr Sazen und ich habe das Gefühl, ich brauche langsam mal einen Lehrer. Wo finde ich einen Lehrer? Hast du einen Tipp für mich? Wo ist die Anlaufstelle, die mir sagt, wo ich einen authentischen Lehrer finde in Deutschland und wenn nicht in Deutschland, dann irgendwo in Europa? Und die Antwort ist, da musst du selber auf die Suche gehen. Da gibt es keine offizielle Zen-Anlaufstelle, die dir sagt, wer ist ein wahrer Lehrer und wer nicht. Und es gibt auch keine sozusagen Meisterschülervermittlungsagentur, die dir genau den richtigen Meister vermittelt, so wie Tinder. Tinder in der spirituellen Szene gibt es auch nicht. Und bei Meistern, da gibt es ja noch eine ganze Menge, die sagen hier, ich bin Zen-Meister, meine Kredenzchen sind so und so. Aber bei Tensos, überraschend wenig. Das kann sein, dass es tatsächlich ja sehr wenige Tensos gibt. Und wenn du einen suchst, also wo ich suchen würde zunächst mal, wäre ein Kloster. Ein Kloster, wo die Küche tatsächlich Teil der Praxis ist. Solche Klöster gibt es auch nicht allzu viele. Aber das gibt es auch. Es gibt auch Klöster in Europa und vermutlich auch in Deutschland, wo Tenso-Arbeit als Teil der Übung praktiziert wird. Und da muss man dann natürlich sich erst mal als Novize bewerben. Gucken, was da die Konditionen sind. In Antaichi wäre man dann erst mal drei Jahre gefordert. Und man müsste auch ein bisschen Japanisch lernen. Aber das ist Antaichi. In anderen Klöstern gibt es andere Konditionen. Und es gab auch einen relativ bekannten kalifornischen Zen-Meister und Koch, dessen Name ist Edward Brown. Der Mittelname schreibt sich Espe. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Edward S.B. Brown oder wie auch immer. Von dem gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag und es gibt Artikel über ihn. Ich werde mal was verlinken in der Videobeschreibung. Der hat zum einen Zen-Koch-Bücher geschrieben. Ich habe sie nicht gelesen, aber sie sind sehr bekannt in der Szene. Und über ihn gibt es auch einen Film von der Doris Dörri. Ich glaube, der deutsche Titel ist Das Lächeln der Radieschen. Und ich habe auch ein Filmplakat gesehen, da steht How to Cook Your Life. Vielleicht ist das der englische Titel des Films von Doris Dörri über den Edward Brown. How to Cook Your Life ist auch der englische Titel der Kommentare von Uchiyama Roshi über das Tenso Kyokun. Also ich habe das Gefühl, das hat sie geklaut vom Uchiyama. Wie dem auch sei. Also der Edward Brown, der hat und vielleicht tut das ja immer noch in der Vergangenheit in deutschen, europäischen Zen-Zentren Workshops angeboten, wo er Kochkurse, Zen-Kochkurse macht. Zum Beispiel, da ist glaube ich der Film von Doris Dörri entstanden in Scheibs in Österreich. Aber ich glaube nicht nur in Scheibs, auch an anderen Orten. Es ist natürlich die Frage, macht er das immer noch? Und wenn die Antwort ist nein, das macht er jetzt nicht mehr, dann müsste man gucken. Ja, gibt es vielleicht andere Leute, die was ähnliches machen. Also wenn du sagst, ich kann jetzt nicht ins Kloster gehen, aber ich möchte mal so einen Kochkurs, Zen-Kochkurs machen für eine Woche. Ja, guck dich um. Vielleicht wird es ja noch irgendwo angeboten. Wir haben das auch mal in Anteiji gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her. Da haben wir auch mal so eine Woche Tenso-Erfahrung gemacht. Und da haben die Leute, die Teilnehmer dann bei uns in der Küche gelernt, wie man zum Beispiel Udon-Nudeln selber macht. Erstmal aus Teig knetet und dann schneidet und kocht. Oder wie man Miso macht. Und die durften sich dann ein bisschen von der Miso mit nach Hause nehmen und Dinge im japanischen Stil einlegt. Wobei halt so eine Woche, das ist nur ein bisschen reinschnuppern. Eine Woche lernst du nicht Tenso. Ein anderer Tipp, wenn das jetzt überhaupt ein Tipp ist. Ich war ja vor ein paar Wochen in Mecklenburg in einem kleinen Ort mit dem Namen Triebkendorf. Da gibt es den Tenso-Gasthof. Der wird geleitet von der Katharina und dem Markus. Das sind Zen-Praktizierende. Die waren auch schon mal in Antaigi. Der Markus war in Antaigi der Tenso. Der war verantwortlich für die Küche. Und der hat ein wunderbares Restaurant mit Gasthof, wo man auch übernachten kann. Und der verkörpert sozusagen den Tenso für mich. Und als ich den vor, was weiß ich, einem Monat oder so besucht habe, ich sagte ihm, pass auf, dass hier Michelin nicht auf dich aufmerksam wird. Denn dann hast du gleich zwei, drei Sterne. Und ich meinte das als Scherz, aber er sagte, ja, ist mir tatsächlich schon passiert. Allerdings war das nicht Michelin, sondern ich glaube, die Leute heißen Gault et Mio oder so. Also ein anderer Sternevergeber aus Frankreich. Die haben ihn offenbar irgendwann mal so ein Überraschungsbesuch gemacht und meldeten sich dann kurze Zeit später wieder hier. Du hast, was weiß ich, 17 von 20 Sternen. Und hier ist ein Schild und hier ist der Ratgeber, den wir publizieren. Das Schild, das hängst du dir draußen an die Tür und den Ratgeber, den stellst du dir ins Restaurant, damit deine Kunden dann auch einen Überblick über die anderen Gault et Mio besternten Restaurants haben. Okay, alles schön und gut. Ein paar Monate später kamen sie dann wieder, um zu stecken, zu checken, dass die Küche noch dasselbe Niveau hatte. Und mit dem Essen stimmte alles, aber dann wollten sie wissen, ja, Markus, wo ist denn das Schild? Wir vermissen das Schild am Eingang und wir sehen auch nicht die Ratgeber. Wo hast du die Ratgeber hingestellt? Er hatte das Schild und die Ratgeber irgendwo im Schrank. Er hatte das ganz vergessen und dann war Goemio auch nicht mehr so daran interessiert, für ihn Werbung zu machen, wenn er nicht Werbung macht für die. Aber wie dem auch sei, also der Markus, das wäre auch jemand, von dem man lernen kann. Allerdings macht er keine Workshops. Der macht, obwohl, vielleicht hat er das auch mal gemacht, da müsstest du auf seine Homepage gehen. Ich könnte, wenn ich es nicht vergessen, da auch einen Link anbringen. Wenn ich mich recht erinnere, gab es das auch mal so ein bisschen Kochwochenende oder so. Ich könnte mich aber auch irren. Also das ist nicht das, was er eigentlich macht. Er kocht und auch das nur noch drei Tage die Woche oder vier Tage die Woche. Also er reduziert das, aber wenn du es ernst meinst, dann könntest du sagen, ja, kann ich bei dir in die Lehre gehen. Kann ich bei dir in die Lehre gehen und erst mal in der Küche, das wäre japanischer Stil. Einfach Nutella waschen und dann so aus dem Augenwinkel ihm was abgucken. Aber da müsstest du dich an den Markus wenden. Da kann ich dir dazu nichts sagen. Also genauso wie bei der Suche nach dem Meister. Es gilt, du musst dich auf die Suche machen. Und wie bei der Partnersuche ist auch so ein bisschen die Frage, nicht nur was erwartest du, ne? Möglichst viel für möglichst wenig Geld und möglichst wenig von deiner Seite, sondern die Frage ist auch, was bist du bereit zu geben dafür, ne? Okay, soviel zur Frage nach dem Tenso. Wo finde ich einen? Wo ist die Anlaufstelle? Die kurze Antwort, wie immer wäre, Suche, Suche, Suche und du wirst finden. Danke fürs Zugucken. Danke für die Frage. Danke für eure Kommentare. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Bitte. Danke fürs. Danke fürs. Vielen Dank.